Hi Leute, was geht? Jetzt willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Die Gamescom 2017 steht mal wieder an und ich bin mal wieder für drei Wochen, also für drei Tage in der Gamescom am Start. Kurz vorab, sorry, dass ich für drei Wochen kein Video mal wieder gemacht habe. Ich war einfach im Urlaub und habe auch ein bisschen nach dem Urlaub, ich war eine Woche im Urlaub und danach habe ich noch ein bisschen mit ein paar Freunden gechillt. Ich war auch in der Trampolin-Halle, könnt ihr hier sehen. War mega geil, da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Das ist die Ninfly-Halle in Münster. Richtig geil, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich wollte sagen, dass ich alle drei Tage, was sage ich, alle vier Tage sogar, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, vier Tage. Jeden Tag bin ich da. Wie könnt ihr mich treffen, wenn ihr mich treffen wollt? Erstens, random, irgendwo wahrscheinlich mich treffen. So, ich habe letztes Jahr auch zehn Leute, die mich getroffen haben, obwohl ich da irgendwie eine tausend Abbaus oder sowas hätte. Ich bin wirklich gespannt, jeden von euch zu treffen. Wie macht ihr das? Einfach auf Snapchat vorbeischauen. Ich wähle euch den Namen hier ein und genau, guckt da auf jeden Fall vorbei. Da werde ich immer posten, wo ich bin. Ich werde auch manchmal einfach sagen, jo, ich schätze es für eine Stunde hier. Kommt auf jeden Fall mehr gerne vorbei. Ich bin so halb, euch alle zu treffen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Es wird außerdem. Daily Vlogs geben für jede vier, für jede ganze vier Tage. Für mich ist das schon krass, jede Tage daily Vlogs zu machen, weil ich mache ziemlich viel Bearbeitung in meinen Videos. Das wird immer so vier, fünf Stunden abends dauern. Ich hoffe, ich bin dann nicht zu müde am nächsten Tag. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Zeit genauso, wie ich mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.